Da geht's nicht weiter... Da auch nicht... Ah! Okay, ich kann die gar nicht abschießen, sondern ich muss die aktivieren. Scheiße! Okay. Ich weiß, dass da eine... Ich bin echt gut am Schießen, muss ich manchmal sagen. Hier. Wow, wieso noch vorher rauskommen, die Asche? Das war Schott, Alter. Aber jetzt musst du doch langsam gewiesen sein, oder? Okay. Okay. Vorsichtig! Vorsichtig! Okay, jetzt haben wir das. Oh-oh! Oh-oh! Ey, wollt ihr mich jetzt verarschen? Alter, kannst du jetzt einfach mal sterben? Leon! Warte, ich kümmere mich um sie! Alter, du Arschloch! Dafür wenigstens einer kriegt nen Kick, Alter! Hey, alles klar bei dir? Ja, danke! Wie kam die Pisse eigentlich raus? Da aufgehen soll nicht! Halt! Falsche Richtung Dala! Guter Schuss! 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 blow that pizza! Wow! Guter Schuss! Guter variieren, ó! Das video eigentlich ahead of you, fuck them! Oder die zeigen einem an, wo du hinkannst So, das müsste dann der sein, wo es hoch geht Ey, wo der letzte ist Das lustige ist, da ist halt kein Mechanismus dran, gar nichts, Alter, eigentlich könntest du dich nicht nur aufräumen Endlich raus aus diesem beschissenen Irrgarten Lauf Sehr gut Der Ballsaal kann nicht weit sein Keine Chance Kein einziger Wechsel, Alter, nur 5 Munition Sieh mal, die Statue da oben Ah, da fehlen die Köpfchen Aber erstmal gehen wir zu unserem Kumpel rein Glauben wir, der Leon ist in einem Schandfleck und ich will, dass sie verschwinden Große Halle Ich weiß ja nicht, wie wir da hineinkommen Ah, da geht's wahrscheinlich wieder runter zu dem Habe richtig gutes Werkzeug in Land gezogen Damit kann ich deine Waffen mir aber jetzt noch fiesere Modifikationen verpasst kriegen Die entsprechende Bezahlung versteht sich Ist das Bescheid, wenn du daran interessiert bist? Willkommen Ich hab was Neues für dich, Partner 25 Kunstvolle Halskette macht 11 Ob Robine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied Ach komm, die Dreckige kann jetzt auch weg Aber wir entscheiden, was es uns wert ist Ein hervorragender Deal Besten Dank Komm Wollen wir, jetzt müssen wir erstmal was anderes machen Ähm, Edelstein entfernen Ah, shit, ey Wie schaut's mit dem Tauschen aus? Für vier krieg ich einen roten Kelch der Buße? Wo wir unsere Ware her haben Das willst du nicht wissen, Partner Kaufen Der ist ziemlich groß Erfüllt seinen Zweck So viel ist sicher Ein paar Vorratskäufe Gute Entscheidung Okay Äh Dann haben wir das Rezeptur brauchen wir keine Tunen Die machen wir wieder ganz Achso, man kann ja jetzt mehr tunen Das war gemeint Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege Stirb mir Ja, dann Willkommen Oh, was kann ich dir Gutes tun? Hehe, komm So So Ach, ja Auf jeden Fall Die da hoch Für diese Arbeit braucht es Fingerschmerzengefühl fremder Auf die Details kommt's ab Schließen Sie alle Modifikationen ab Oder benutzen Sie eine Spezial-Upgrade-Ticker Um dies freizuschalten 1,5-fache Angriffskraft, ne? Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen Heißt es da 0,5 mehr? Oder 1 Angriffskraft, nicht wahr? Er hört Angriffskraft auf das 1,5-fache Ja, aber da bräuchte ich alles, ne? Das kostet wahrscheinlich unendlich viel Schwere Granate? Warte, was? Oh Stärkere Granate Herstelle Grüne Kräuter Herstelle Grüne Kräuter So Die brauch ich eigentlich auch nicht Ich benutze das Mührending eigentlich nicht Ich hab nur die feinste Waffe Im Angebot, Fremder Eine gut eingestellte Waffe Kompensiert mangel Hier Wie du es haben wolltest Ich komm, die benutze die immer noch am meisten Das macht am meisten Sinn auch Auf die Details kommt's an Wirst schon sehen Wäre das dann alles? Der wär halt immer noch geil Aber den können wir uns später dann auch noch holen Keine Sache Man kann da kommen Jederzeit Ein Wider Speichern Jetzt machen wir mal diese Schussdinge Mal probieren jedenfalls nochmal Ich hab ne neue Schießübung vorbereitet Nur für dich Wenn du Lust hast Probier's nochmal aus Probleme eine Scheibe zu treffen Dann versuch's mit einem Positionswechsel Der richtige Blickwinkel ist das A und O Partner Drei Zwei Eins Zwei 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 Versteckt sich hinter dem einen da auch einer? Na ja leider nicht ess, weil ich ein Ding gemacht hab. So geht das, Doppelkill. Sehr gut. Nachladen. Ah. Hä? Seine Gefühle wurde gehört. Ein Meer aus Zieschein. Sieh dir das an. Ist das dein Schuss? Ist das dein Ernst? Der vorragende Schuss. Fuck. Alter, es. Yes. Unfassbar. Wir haben einen echten Schützenkönig unter uns. 400, 200, minus 500. Äh. Wie sie da so hocken sind. Mit einer einzelnen Patrone einen großen Berg. Drei. Zwei. Eins. Leg los. Zeig was du kannst. Bleib weiter. Ball. Alter. Das ist ja voll Ätzend. Aber kein Bonusding, weil ich am Anfang welche verpasst hab 3, 2, 1, flieg los! Hervorragend! Scheiße! Scheiße! Einen wird er verpasst! Nein! Scheiße! Ja, das war klar! Wir haben uns nicht in... Drei, zwei, eins... Ich hätte vorher nicht nachladen sollen, das ist aber Schwachsinn. Nein! Ich weiß gar nicht, wie du mich nachladest. Feierabend! Scheiße! Das war dumm! Die ist einfach beschissen zu steuern! Drei, zwei, eins, flieg los! So geht das! Okay, okay! Hä? Hä? Keine Bonusrinde? Hä? 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 So wie auch cool ist mir! Einzelne Waffe! Drei, zwei, eins, flieg los! Oh, krass! Drei auf einmal! Drei, zwei, eins, flieg los! Drei, zwei, eins, flieg los! Fuck, aber keine S. Oh doch? Also es wird erwartet, dass ich andere treffe, oder was? Drei-Fach-Kill! Sehr gut! Nachladen! Drei-Fach-Kill! Doppel-Kill! Vieler! Sieht ja gar nicht ähnlich! Ah! Bis hierher! Einen Versuch noch! Das hast du locker! Drei-Fach-Kill! Doppel-Kill! Schnauzt, schnauzt! Drei-Fach-Kill! Doppel-Kill! 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 Ja gut, scheiß drauf Schau mal was es gibt Gibt es da für jeden dann einen? Ne, gibt es schon bloß einen einzigen Du, der Schutzwest ist 30% günstiger Nicht schlecht Äh, Isabel, Vipern stellen 30% mehr Gesundheit her 20 häufiger Herstellungsbonus auf Bolzen Äh, alles nix geiles Komm schon, komm schon Grüß Gott stellt 10% mehr Gesundheit her Das war fast wie auf dem Rummel Hat mich voll an meine Kindheit erinnert Ja, wir hätten das eh bloß noch einen roten holen können Ich weiß trotzdem, ob ich mal das da aufbekomme Okay Wir sind einigermaßen versorgt Äh, wir speichern nochmal Koffer anpassen Achso, ja, wofür kann ich eigentlich hinhängen? Achso, links, rechts, Mitte, ne? Welchen sind dann Wiebern stellen 40% mehr Gesundheit her 15% mehr Magnum-Munition Ne kleine Ada, den wir rechts machen Die Fundraute für Geld steigt Ne, Pistolen-Munition passt schon Geht's denn da hin? Audienzsaal? Hä? Dir wird in dem Ding doch nicht schlecht, oder? Was soll ist das? Das soll ich gleich sehen Hey, wir sind da Hey, wir sind da Äh Warte mal Ah Haben wir hier irgendwas vergessen? Stimmt, eins kann man mit dem Schlüssel noch aufmachen Da haben wir zwei Sachen verpasst Drei Warte mal, wo war jetzt das? Schnell weg hier Was ist das? Höh Das wird laut Oh, Herr Oh, Herr Oh, Herr Somos tu Mardinio Que los Mie Segrifft Du Mie Alter, warum hat er das so lange gebraucht zum... Oh mein Gott. Wo sind denn die hier? Oh Gott. Keiner hat gesagt, dass das nichts bringt. Wow, und dafür bin ich jetzt wieder her? Goldplättchen? Das hat mir halt mal gar nichts gebracht außer dieses dämliche Goldplättchen. Machen wir Start. Spiel laden. Das sehe ich schon mal gar nicht ein. Äh, wo habe ich gespeichert? 22, 28, 5. Okay. Ah, warte, da geht es zum Audienzer. Scheiße, hätte ich das andere geladen, da wäre ich gleich wieder beim Ding rauskommen. Was für ein Käse, ey. Sonst noch irgendwas? Ne, wir machen das jetzt halt noch schnell auf und fertig. Oh, da war da mal. Ich meine, wir können dann eh nochmal laden. Ah, scheiße, die Bitch lebt ja immer noch. Ich meine, wenn wir wollen, können wir ja wieder zusammen. Da ist ein Relief von der Wand. Schäuble, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020